Wie findest du es denn hier, so in der Stadt? Ich finde es toll, aber ich dachte es wäre allgemein... Was tippst du denn noch? Ein Drehbuch. Und um was geht es? Um alle meine abenteuerlichen und bewegenden Erlebnisse. Was für ein Erlebnis denn? Vielleicht das Erlebnis, das dir fast den Finger gebrochen hat? Ah, verdammte... Hey, na sicher? Oder auch das von neulich, als ich fast einen Herzstillstand bekam. Bum! Ja, das war schon was. Und erinnerst du dich an den Tag, als wir dachten, die Welt geht unter? Hey, meinst du, es ist noch Zeit, ein nettes Mädchen kennenzulernen? Oh ja, es kommt alles in mein Drehbuch. Na ja, lohnt sich das denn? Was? Findest du das nicht alles ein bisschen wickrig? Ich meine, unsere Freunde posten sowas täglich im Internet. Also, was ist daran besonders? Ich meine, ist es heutzutage überhaupt noch etwas weltbewegend? Das ist ein Bünder. Untertitelung des ZDF, 2020